So, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von XXXMedia, ein Tutorial zum Magix Extreme Webdesigner 5. Ja, vielleicht haben manche von euch das Tutorial gesehen, wie man seitenrechtlich verlinkt im Extreme Webdesigner 5 von Magix. Dort gab es einen Download für eine Vorlage. Und zwar, wenn man auf Datei geht und auf Neu, sieht man hier ein paar Vorlagen. Diese sind standardmäßig, die hier und die hier. Und wenn man sich die Vorlage runterlädt, will man vielleicht auch, dass diese Vorlage auch in diesem Menü da ist. Dieses Menü sind alle Vorlagen, die in dem Ordner drin ist, wo man zuletzt irgendeine Vorlage gespeichert hat mit dem Webdesigner. Und ich zeige jetzt einfach mal den Ordner, wo die ganzen Vorlagen drin sind. Hier haben wir unsere Vorlage, diese nennt sich Tutorial verlinken. Um diese jetzt an den richtigen Platz zu kopieren, drücken wir einfach die Windows-Taste und E oder gehen in den Windows Explorer. Nun gehen wir auf unseren Datenträger, wo wir Magix installiert haben, also den Webdesigner. Standardmäßig ist das der lokale Datenträger C. Dort machen wir einen Doppelklick drauf und gehen dann auf Programme. Dann suchen wir uns den Eintrag Magix. Hier unten. Gehen dann auf Extreme Webdesigner 5 Download Versionen, wenn ihr euch die zugeschickt lassen habt bekommen, dann halt anders. Macht den Doppelklick drauf und geht dann auf Templates. Dann auf Deu für Deutschland, also Deu. Deu falsch. Und sehen dann hier unsere Vorlagen. Dort kopieren wir einfach unsere Vorlage rein, per Drag & Drop oder per Copy & Paste. Also per Kopieren und Einfügen. Dann haben wir das Ganze hier einfach drinnen und können einfach auf das X gehen. Und dann müssten hier bei der Datei neu diese Vorlage drin sein, wie ihr sehen könnt. Vorlage Tutorial verlinken. Wenn man darauf geht, kommt man dann zu seiner Vorlage. Das war's auch schon. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Und ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten. Euer Franz, euer Tricks Medias und haut rein! Alles Slide.